Hallo Volker, du brauchst eigentlich kein Unboxing machen, aber ich dachte, das ist der Usus, das gehört dazu, das mache ich jetzt trotzdem. Ich danke dir mal, dass ich an diesem Giveaway teilgenommen habe. So, wir müssen doch mal gucken, was das in dem Paket ist. Oh, Honig, genau das Richtige für einen Winnie Pooh wie mich. In Schönschrift geschrieben. Hallo Benjamin. Der zweite Versuch, dir endlich deinen Gewinn zukommen zu lassen. Stimmt. Ja, das erste Paket ist verloren gegangen. Tut mir auch echt leid. Leider jetzt kein Mora, dafür zweimal Honig. Ich hoffe, das Messerchen gefällt dir. Also nochmals entschuldige ich für die Verspätung. Schade, dass das erste Paket verloren gegangen ist. Dieses war versichert. Alles Gute dir und deiner Familie. Lasst euch den Honig schmecken. Alles Gute auch für deine Ausbildung oder Umschulung. Beste Grüße, Volker. Dankeschön. So, also einmal hier. Hühnspan mit Dreifachkarabiner. Super. Ah, hier ist der zweite Honig. Wie cool. Und. Ah, das habe ich doch bei dir gesehen. Das hast du mir vermacht. Richtig klasse. Herzlichen Dank. Das sieht ja urig aus. Schön. Also, ich freue mich und bedanke mich nochmal und jetzt genieße ich noch ein bisschen die Winterstimmung, die in der Karlsruher Rheinebene eher selten ist. Und tschüss.